Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines wunderschönen Beispiels, was die Steuerbilanz, die Handelsbilanz ist und wo der Unterschied zwischen diesen liegt. Also grundlegend gehen wir mal auf die Definition ein, weil das ist enorm wichtig. Für die Handelsbilanz gelten die handelsrechtlichen Vorschriften, darum heißt die auch übrigens so. Und diese ist eine abschließende Gegenüberstellung von Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Schulden deines Unternehmens zum Beispiel. Damit du genau weißt, wie viele Verbindlichkeiten hast du, wie viele Maschinen hast du, wie viel Eigenkapital hast du, das alles, das ist die Handelsbilanz. Und eine Steuerbilanz ist eine Aufstellung über das Betriebsvermögen unter Beachtung steuerlicher Grundsätze. Da liegt eigentlich der Hund begraben. Für die Steuerbilanz gelten nämlich teilweise andere Vorschriften, die einen anderen Werteansatz erzwingen. Das nennt sich übrigens in der Fachsprache Durchbrechen der Maßgeblichkeit. Also wir merken uns, Handelsbilanz, die ist dafür da, um die Gläubiger zu schützen. Um als Informationsquelle zu dienen für Externe, die kannst du einsehen. Die können wir alle online anschauen von zum Beispiel Mercedes oder Audi. Die Steuerbilanz, das ist die Bemessungsgrundlage für die Steuer für das Unternehmen. Und nun gibt es folgendes. Du kannst aus der Handelsbilanz das Ganze hernehmen und ableiten. Mithilfe des Maßgeblichkeitsprinzips, so nennt sich das übrigens. Und dann kriegst du deine Steuerbilanz heraus. Und dann weißt du genau, wie viel Steuern du an das tolle Finanzamt blechen musst. Du kannst aber auch das Ganze umdrehen. Das umgekehrte Maßgeblichkeitsprinzip nennt sich das nämlich. Weil die steuerlich-rechtlichen geltenden Vorschriften werden dann eben in die Handelsbilanz übernommen. Also man kann Handelsbilanz ableiten, Steuerbilanz. Du kannst aber auch von der Steuerbilanz flipp zurück zur Handelsbilanz rübergehen. Okay, was meine ich jetzt damit? Die Handelsbilanz hat folgendes Ziel. Einen guten Eindruck auf die externen Adressaten, deine Aktionäre zu machen. Indem wir ordentlich Gewinne ausweisen und zeigen, wie geil das beim Unternehmen läuft. Die Steuerbilanz, da habe ich ein anderes Ziel. Da möchte ich möglichst geringe Gewinne ausweisen. Damit ich natürlich wenig Steuern zahlen muss und mehr Cash übrig bleibt. Und bei der Handelsbilanz sind dann die folgenden Gesetzbücher relevant. Und bei der Steuerbilanz haben wir hier die aufgelistet. Also kommen wir doch mal zum Beispiel für Rechtsstellung zum Beispiel. Gesonderte und einheitliche Fertigstellung von Besteuerungsgrundlagen für die Einkommensbesteuerung. Haben wir, da wollen wir eine Rücklage für bilden. Weil das demnächst ansteht im Wert von 1.900 Euro. Und dann haben wir auch noch Kosten für die freiwillige Jahresabschlusserstellung. 7.500 Euro. In meiner Handelsbilanz, da ist das alles relevant. Diese Rückstellung bilde ich. In der Steuerbilanz ist das nicht erlaubt. Da darf ich diese Rückstellung nicht bilden zum Beispiel. Oder kommen wir zu einem anderen Beispiel. Nochmal Rückstellungen. Ich habe eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 12.000 Euro. Weil eben irgendein Verlust reinkommt. Und ich kann den schon erwarten. Also bilde ich eine Rückstellung in der Handelsbilanz. Nee, in der Steuerbilanz darf ich das überhaupt nicht machen. Darum merkst du, in der Handelsbilanz ist das als Rückstellung jetzt drin. Wenn ich aber meine Steuerbilanz aufstellen möchte, dann muss ich das wieder rausnehmen. Oder kommen wir zum nächsten Beispiel. Beim Abschreibungsaufwand. Ja, ich habe bei der Handelsbilanz lineare Abschreibungen gehabt. Von 900 Euro für die Maschine zum Beispiel. In der Steuerbilanz kann ich zum Beispiel sogar eine degressive Abschreibung, wenn das der Fall ist, annehmen. Und dann sind es statt 900 Euro 1.350 Euro. Und tschack, habe ich mehr Aufwand. Zack, weniger Gewinn. Und kommen wir zu Betriebsausgaben. Bei einer Handelsbilanz habe ich kein Abzugsverbot für Geschenke. Ich kann so viel für Geschenke für Kunden ausgeben, wie ich Bock drauf habe. Aber in der Steuerbilanz darf dieser Wert nicht über 35 Euro hinausgehen. Da habe ich ein sogenanntes Abzugsverbot. Wichtig. Also das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt noch verschiedenste andere. Aber google doch einfach mal Steuer- und Handelsbilanz Unterschiede. Und da gibt es tolle Grafiken, die dir zeigen, wo der Hund begraben liegt. Und da gibt es auch ein paar Beispiele.